Krippenwagen-Vergleich.de Turtle Kinderbus Deluxe im Test Das Team von Krippenwagen-Vergleich.de hat den Turtle Kinderbus Deluxe ausgiebig getestet. Die Testergebnisse unseres Krippenwagen-Tests finden Sie direkt hier runter. Auf dem Turtle Kinderbus Deluxe fahren die Kinder ab. Besonders Kitas und Tagesmütter kennen das Problem. Für die Kids ist eine Outdoor-Aktivität geplant, doch es ist nicht immer leicht, die Kleinen allesamt sicher und bequem zu transportieren. Doch da gibt es eine Lösung, die sowohl Kinder als auch Betreuung rundum zufrieden stellt. Der Turtle Kinderbus Deluxe verbindet Komfort und Sicherheit. Safety First wird großgeschrieben im Hause Winter. Wenn Kinder unterwegs sind, steht die Sicherheit an oberster Stelle. Hier besticht der Turtle Kinderbus Deluxe zum einen durch seine Trommelbremsen an den Hinterrädern sowie einer automatischen Feststellbremse. Diese bremst, sobald die Griffe losgelassen werden. Außerdem verfügt der Bus über Handschlaufen, durch die der Bremsgriff fest an den Griff gedrückt werden kann. Die Reifen sind aus UV-resistentem Polythene und gehärtetem Aluminium. Die pannsichere Bereifung mit den drehbaren Vorderrädern garantiert eine sichere Lenkung selbst in Kurven. Bequemer Sitzkomfort für die Kleinsten. Bis zu vier Kinder im Alter bis zu fünf Jahren können im Bus paarweise gegenüber sitzen. Alle Sitze sind mit fünf Punkt Festhaltegurten ausgestattet. Mit Abmessung von 75 cm Länge, Breite 155 cm und Höhe 105 cm passt der Turtle Kinderbus bequem durch alle Türen. Wie im richtigen Bus können die Kinder seitlich ein- und aussteigen. Falls die Kinder neben dem Wagen gehen, können sie sich seitlich an den Gurten festhalten. Praktisch in allen Situationen. Sowohl Sitzgurte als auch Polster sind abnehmbar und waschbar. Der Bus hat ein Eigengewicht von 35 kg und kann insgesamt mit 125 kg belastet werden. Der praktische Gepäckkasten unter der Wanne fasst 50 Liter. Ein kleines Tischchen sowie ein Verdeck bieten einen kleinen Reiseln noch mehr Komfort. Die Lieferung erfolgt komplett montiert, die Herstellergarantie umfasst zwei Jahre. Außerdem ist der Bus TÜV geprüft und hat das GS-Siegel. Elektromotor gegen Aufpreis Hersteller Winter liefert den e-Türtel Deluxe gegen Aufpreis mit Elektromotor. Dieser ist so konzipiert, dass er sich erst nach Lösen der Feststellbremse fährt und nach 5-minutigem Stillstand wieder abschaltet. Das ist so konzipiert, dass er sich erst nach Lösen der Feststellbremse fährt und nach 4-minutigem Stillstand wieder abschaltet. Das ist so konzipiert, dass er sich erst nach Lösen der Feststellbremse fährt und nach 4-minutigem Stillstand wieder abschaltet. Das ist so konzipiert, dass er sich erst nach Lösen der Feststellbremse fährt und nach 4-minutigem Stillstand wieder abschaltet. Das ist so konzipiert, dass er sich erst nach Lösen der Feststellbremse fährt und nach 4-minutigem Stillstand wieder abschaltet.